Ich heiße Sie ganz herzlich willkommen zu Shopping Stars, das Outlet. Was das heißt, das heißt bei uns bis zu 80% Reduzierungen auf unsere Mode. Aber nur solange der Vorrat reicht. Und als alte Shopping Queen stehe ich mit meinen besten Styles für Sie damit. Aber es sind nur drei Minuten Sequenzen, nicht lange warten mit dem Bestellen. Wir wiederholen es nicht nochmal. Insofern, wenn es Ihnen gefällt, direkt in die Leitung gehen. Ich freue mich auf Sie. Bis gleich. Ein wunderschönes Ledertop in einem ganz, ganz tollen Sandton. Das darf ich Ihnen präsentieren. Und zwar von Monaco Blue und für 16 Euro. Shopping Star sein heißt einfach bei uns, die absoluten Style-Lieblinge jetzt hier shoppen können, für bis zu 80% reduziert. Wir haben hier diesen unvergleichlichen Lederlook, diesen Velour-Lederlook von Heike Schubert und dann noch mit Features wie einem tollen Reißverschluss und eben so kleinen abgesetzten Patches noch am Saum und auch oben auf den Schultern, nämlich so kleine elfenbeinfarbene Highlights, die dann hier noch aufgesetzt sind. Das Schöne ist ja immer bei Monaco Blue haben wir diese unvergleichliche Lederoptik, die sich einfach durch die ganzen Kollektionen durchzieht. Wir haben nicht nur die passenden Hosen dazu, sondern eben auch die Tops. Und so etwas, wie wir hier sehen, ist wirklich ein Unikat. Es ist ein Traum, weil wenn Sie sich Ledertops, ansonsten echte Ledertops oder echte Velour-Ledertops kaufen, dann fangen die bei 300 Euro an. Und dazu sind sie nicht waschbar. Bei uns sind die Teile waschbar und sie haben einfach noch ein unvergleichliches Design von unserer Heike Schubert, denn die kennt sich aus und die weiß natürlich, was man in Cannes, in Frankreich, in Italien, da werden die Teile auch gefertigt, eben trägt und wie das auszusehen hat. Und ich finde ganz ehrlich, es ist ein super easy Teil. Sie können es je nachdem, wie Sie es möchten. Etwas weiter auf natürlich sein oder etwas weiter geschlossen. Da sind Sie wie Ihr ganz eigener Designer. Und natürlich auch die Ärmel sind wunderschön gemacht durch diesen kleinen Absatz, wirklich so elfenbeinfarbenes Velour-Leder-Optik, trifft da wieder auf unseren Sandton. Und das ist ein ganz, ganz schönes Zusammenspiel von Farblichkeiten hier. Eine ganz, ganz zarte Kombination, wirklich sandweich. Sie kennen das Material. Es fühlt sich wirklich unglaublich schön und geschmeidig an auf der Haut. Und ich kann Ihnen verraten, 16 Euro ist der kleinste Preis, den wir für dieses Teil jemals hatten. Sie sind hier bei mir bei Shoppingstars beim Outlet. Und das bedeutet, wir haben ganz kleine Bestände. Wir haben das Teil auch noch in schwarz, aber da wirklich fast nur noch die Mini-Mini-Mini-Mini-Mini-Mini-Bestände. Insofern gehen Sie einfach mal bei uns bei Channel21.de rein und geben Sie in das Suchfeld oben ein Shoppingstars. Dann finden Sie alle Artikel bei uns, die rund um das Shoppingstars-Format laufen. Und ich kann Ihnen versprechen, Sie finden bei uns, Sie sehen ja gerade das Top, 16 Euro. Sie finden da Hosen dazu, 18 Euro. Zusammen 34 Euro. Dafür bekommen Sie bei mir einen Komplett-Look, der modisch ist, der stylisch ist, zum Knallerpreis. Jetzt anrufen und mitmachen. Ich nehme Sie wirklich an die Hand und mit auf eine Reise bis nach Japan und wirklich in das Land dieser wunderbaren Kultur und auch von ganz wunderbaren Drucken. Denn hier bei unserer Bluse, ich finde mit diesem Fantasiedruck, der nimmt uns oder da können wir so ein bisschen uns in diese japanische Kultur hineinlegen. Die japanische Kultur, ich habe es Ihnen ja schon mal erzählt, ich habe lange in Tokio gewohnt als Kind. Und das Tolle ist einfach, dass es immer ganz besonders kunstvoll ist. Wir haben da nämlich wieder diesen Faundruck und ich kenne kein anderes Tier, was wirklich natürlich so schön und so farbenfroh ist, wie eben unser Faund. Er steht natürlich auch für etwas Stolzes und auch für etwas ganz, ganz besonders Schönes. Er ist ja mit eines der schönsten Tiere, die wir haben in der Tierwelt. Und hier auf unserer Bluse von Monaco Blue, finde ich, ist es ganz besonders angeordnet. Wir haben hier auch wieder so ein bisschen diesen Zipfelschnitt, der an der Seite etwas länger ist und somit natürlich unsere Figur unglaublich schön in die Länge zieht. Ja, es macht eine knaller Figur und das für 15 Euro. Sie bekommen hier für 15 Euro eine Bluse mit einem Fantasiedruck, ja, wie es in Japan auf Paravons, auf Kimonos, ja, auf ganz, ganz wertvollen Gemälden zu finden ist. Das haben wir für Sie hier eingefangen in dieser Bluse und zwar wieder zu einer Reduzierung bis zu 70%. Das gibt es nur hier bei mir bei Shopping Stars und zwar nur, solange der Vorrat hält. Wenn die Sachen ausverkauft sind, die Teile, seien Sie mir nicht böse. Ich habe Ihnen gesagt, Sie müssen schnell sein, denn bei uns ist wirklich, ne, wer als erster bestellt, genau, der sieht auch als erster schön aus. So ist das hier bei uns bei Shopping Stars und mir macht es ganz besonders Freude, weil ich die Highlights wirklich aus unseren Kollektionen mir rauspicken durfte, um Ihnen einfach meine persönlichen Shopping Queen und Shopping Star Styles hier auf dem Catwalk präsentieren darf. 15 Euro für eine Bluse von Heike Schubert Designed, ja, einer unserer Lieblingskollektionen hier bei Channel 21, das ist doch der Wahnsinn. Überlegen Sie mal, 15 Euro, wo muss man da mal drauf verzichten, dann kann man für 15 Euro sich so eine Bluse nach Hause bestellen, ja. Sie bekommen hier nicht nur die feinste Qualität, ja, sondern auch einfach das beste Design. Und das Tolle ist, Sie müssen gar nicht viel machen, Sie müssen einfach nur anrufen bei uns, bei mir hier unter der 0800 21 333 21 und dann bestellen Sie die Nummer 3622 031 zu sich nach Hause für 15 Euro. Bitte überlegen Sie nicht lange. Dieser Vogel wird direkt gleich wegfliegen und ausverkauft sein, insofern ganz schnell in den Warenkorb und freuen über dieses Teil. Kennen Sie noch den Ausdruck, du bist auch so eine Pflaume? Genau, und das hat bei uns nämlich überhaupt gar nichts Negatives, denn dieses Teil hier, das ist voll 100% aus dieser wunderschönen Farbe. Und ich finde Pflaume ist eine ganz, ganz tolle Farbe. Es ist nämlich immer ein leichtes Lila, eben genauso wie diese wunderschöne Haut dieser ganz, ganz leckeren Frucht. Oh mein Gott, ich freue mich jetzt schon wieder auf den Herbst, wenn es Pflaumenkuchen gibt. Und insofern, bitte, sichern Sie sich dieses wunderschöne Teil von Christian Materne. Christian ist ja sowieso ein, ja, sag ich immer, ein Goldschatz, dass er uns seine tollen Kollektionen hier bei Channel 21 schenkt. Denn er weiß, was wir Frauen wollen, er weiß auch, welche Farben wir wollen und er ist einfach ein Typ, der die Weiblichkeit feiert. Und das ist natürlich Lila und Pflaume ist die weibliche Farbe schlechthin. Wir haben hier wirklich einen Regen an kleinen so Palettensteinchen, die hier einmal so runtergeflogen kommen. Und dann immer, die sind hier oben ein bisschen kleiner angesiedelt, dann wird das immer größer nach unten hin und betont einfach nochmal schön unser Dekolleté. Auch an dem kleinen Ausschnitt haben wir nochmal so einen kleinen Palettenregen hingestickt, kann man sagen. Und auch das nochmal besonders hervorgehoben und betont. Wenn ich Ihnen sage, was solche Steine kosten und auch die kleinen Paletten kosten, ja, da ist es mir schon wieder rätselhaft, wie wir dieses Shirt für 15 Euro verkaufen können. Aber, ich sage ja immer, kann mir ja und Ihnen egal sein. Wir beide profitieren davon. Ich kann Ihnen wunderschöne Kleidung zum ganz kleinen Preis geben. Und Sie und ich wissen nur, wie viel das gekostet hat. Denn solche Shirts und Oberteile sehen nach ganz, ganz viel aus, kosten aber bei mir nur ganz, ganz wenig. Aber nur, wenn Sie schnell sind und natürlich die Teile sich schnell sichern. Denn zu dem Preis und vor allem der Qualität, wie hier wieder fast 100% Viskose, da greifen natürlich viele zu. Alle Leute rufen hier gerade an und wollen dieses Shirt in Pflaume haben und sagen, Mensch, zu diesem Preis, ja, keine 44 Euro mehr. Nee, nichts da. 15 Euro, über 50% gespart. Das ist hier bei Shoppingstars möglich, nur solange der Vorrat reicht. Und dafür bekommen Sie eben Teile von Ihren Lieblingsdesignern, ja. Christian Materne, der weiß einfach, der hat auch das Herz am rechten Fleck. Und deswegen ist es ihm immer am Herzen auch gelegen, dass er uns Stoffe, Qualitäten und auch Modige bietet, ja, die einfach wir alle haben wollen. Wir haben dieses Oberteil auch noch in Blau, aber leider schon ganz, ganz wenig. Wir sind eigentlich restlos ausverkauft. Hier noch ein paar mehr in Pflaume. Aber bitte seien Sie schnell. Rufen Sie an 0800 21 333 21. Seien Sie schnell. Die Pflaume möchte zu Ihnen nach Hause. Schnell sein. Eines meiner absoluten Lieblingslabels ist schlechthin Missoni. Und dieses italienische, wirklich traditionsreiche Unternehmen hat dieses Muster einmal erfunden. Und wir haben uns davon inspirieren lassen und eine ganz, ganz wunderschöne, einen ganz, ganz wunderschönen Cardigan davon gemacht. Wir haben ihn in zwei Farben. Ich habe mir jetzt Türkis geschnappt, weil einfach das Türkis immer, finde ich, schön zu meinen Augen passt. Hier bei Blaue Augen, dann ist das immer eine schöne Kombination zusammen. Aber schauen Sie sich das an. Ist das nicht schön? Dieses typische Zickzack-Muster. 100% Missoni. Und das Haus Margarita Missoni besteht ja bis heute. Es ist natürlich ein Look, der hat auch so ein bisschen was Hippieskes. Wie gesagt, es wurde auch in den 70er Jahren erfunden und gegründet. Das ist ursprünglich eine komplette Strickgeneration und Strickmarke. Und auch bei uns eine ganz, ganz leichte Qualität. Und das sieht man ja auch schon. Wir haben einen geraden Schnitt. Auch ganz schön immer, was ich finde, auch dabei hier noch so ganz locker lässig zwei Taschen. Das finde ich immer cool, wenn man es wirklich ein bisschen leisure und lässig tragen möchte. Dann eben, und das ist natürlich auch immer ein Detail und ein Zeichen für eine besonders ausgefeilte Arbeit und ein ganz besonders ausgefeiltes Design. Denn alles, was natürlich mehr an Featuren an so einem Teil dran ist, ja, das kostet einfach, liebe Damen zu Hause. Das kostet uns immer ganz viel im Entwurf und im Design. Aber für Sie kostet es heute 20 Euro. Ja, richtig, 20 Euro. Ich mache hier keine Witze. Ich mache hier einfach nur ganz, ganz große Mode mit Ihnen und ganz, ganz großes Styling. Überlegen Sie jetzt mal. Dazu ein cooler, schöner, goldener Schmuck und eine tolle Jeanshose. Dazu können Sie einen Bust-Slipper anziehen, finde ich ganz toll. So ein Espadries, wie man das immer auf Ibiza oder in Spanien am Strand ganz günstig zu kaufen bekommt. Oder einfach einen Sneaker. Vielleicht einen schönen Ballerinaschuh. Also, das ist ganz große italienische Kunst und ein wahnsinniges Design. Keine 69 Euro, 20 Euro. Zwei Farben, Sie wählen nur noch die Farbe. Weil ob Sie das Teil kaufen oder nicht, das haben wir beide doch jetzt schon geklärt. Es ist wirklich einfach ein Design und ein Look, den muss man haben jetzt für den Sommer. Das ist einfach ein, ja, das ist auch so ein richtiges Mutmachmuster. Das ist so ein Regenbogenmuster. Ganz schön, dieses Zick-Zack-Design. Und es ist nach wie vor einfach eines meiner absoluten Lieblinge, weil es einfach, ja, von meinem Lieblingshaus Missoni interpretiert ist. Und es ist so schön leicht zu tragen. Sie haben die Taschen. Stecken Sie es sich jetzt locker in die Tasche, indem Sie anrufen bei uns. Unter der 0800 2133321 oder einfach im Internet klicken. Da auch gleich gucken, welche Farbe Sie haben möchten, ob die Größe noch da ist. Und damit es nicht schnell weggekauft wird. Sagen Sie es durch die Blume oder vielleicht auch verschenken Sie doch mal eines unserer tollen Shopping-Star-Sternchen, die ich hier für Sie habe. Eines darunter ist nämlich diese wunderschöne Bluse von Monaco Blue mit diesem unglaublich schönen Blumenprint. Und ich finde, es ist ja so ein bisschen dieses englische Landhaus-Thema. Ich war ein Jahr damals zum Sprachurlaub in England und ganz ehrlich, ich habe bei einer Familie gelebt. Eine so wunderschöne Wohnung. Alles mit diesem Blumenprint, ja. Es war wirklich dieses Betty Barclay-Landhaus-Stil. Und das, finde ich, findet sich hier eben wieder. Britischer Landadel, eine ganz, ganz tolle Bluse. Und wir haben sie nicht nur in ihr grü-bunt, wie wir das jetzt hier sehen. Nein, wir haben es auch noch in schwarz-rot. Aber ganz, ganz wenige. So ist das hier bei uns beim Outlet natürlich. Wir haben die Sachen, wo wir nur noch ganz, ganz wenig Bestände haben. Aber die ganz großen Styles, ja. Und das ist wirklich eine Bluse mit diesem tollen Blütenmuster da drauf. Wir haben hier die Trompetenärmel, aber etwas höher angesetzt. Ein ganz raffiniertes Design, was wir hier haben. Nämlich da drunter dann noch den langen Arm weiterlaufen. Auch das ist ein ganz besonderes Detail, was Sie so nicht in den Läden finden werden. Selten hat man einen Trompetenärmel, wo da drunter der langen Arm noch weiterläuft. Und so halt eben der ganze Arm bedeckt ist. Ich finde, das ist ein super, super schöner Look. Und ich könnte mich nicht entscheiden. Ob schwarz mit Blüte, ist halt ein bisschen klassischer. Kann man auch fast irgendwie mehr am Abend anziehen. Das ist für mich ein typisches Teil für den Tag, für den Strand, zum Essen gehen, ja. Es passt mit einer Jeans zusammen, es passt aber auch mit einer schönen dunkelgrünen Hose zusammen. Oder aber auch mit einer schönen roséfarbenen, haben wir ja auch bei Monaco Blue passend. Schauen Sie da auch bitte bei uns, bei Shoppingstars im Internet. Weil da können Sie sich informieren, welche Größen gibt es noch, ja. Welche Farbe möchte ich haben? Dass Sie das T-Shirt hier, die Bluse haben möchten und wollen und müssen, das ist schon mal, das steht ganz festgeschrieben. Wir haben diese tolle Crepe-Qualität, ja, das ist ja quasi so das Aushängeschild bei Monaco Blue. Und diese Crepe-Qualität, die knittert nicht, die können Sie super in den Koffer tun, da muss nichts gebügelt werden. Können Sie perfekt waschen, ja, ist ganz, ganz toll auf der Haut zu tragen. Ein unglaubliches Epis. Ich bin total verliebt in wirklich meine Blumenwelt. Wissen Sie, auch Karl Lagerfeld war ja ein großer Freund der Blumen und hatte einen in Paris, einen ganz, ganz riesengroßen Rosengarten, den er voller Liebe und Leidenschaft gepflegt hat. Und diese Bluse ist wirklich für mich wie ein Spaziergang durch diesen Garten von Karl Lagerfeld in Paris hindurch, ja. Lassen Sie sich dahin verführen mit 18 Euro. Da habe ich Sie doch wirklich quasi, sind Sie nicht auch schon verliebt? Also ich kann Ihnen nur sagen, Sie machen damit nichts falsch. Ja, bitte machen Sie diesen Spaziergang mit mir zusammen und bestellen Sie jetzt. Eine wunderschöne, leichte Jacke jetzt für die Sommerabende, die habe ich genau hier bei mir bei meinen Shopping-Stars. Und zwar nehme ich eine Jacke aus Panne-Samt. Und wir sehen das hier schon, Panne-Samt, das ist einfach der Stoff, der jetzt wieder da ist in der Mode. Generell-Samt ist gerade ein Thema und nicht nur, weil er sich super anfasst, sondern er hat eben diesen edlen Diana Ross Charme der 70er Jahre. Und das ist es natürlich, das was uns erinnert an die wilden Party-Nächte der 70er im Studio 54. Und wo sie nicht alle waren, die großen Schauspieler im New York. So, und jetzt schauen wir uns nochmal an, der Preis. Wo war er? 89 Euro. So, und den haben wir mal ganz kurz hier runtergestrichen. Zack, 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 zack. Jetzt sind wir noch hier, hier ist der Preis gerade, hier. 25 Euro kostet unsere Jacke von Monaco Blue noch. Eine Jacke aus Panne-Samt mit einem wunderschönen Print, mit wunderschönen Blüten in Rosé-Grau. Ich finde, das ist wirklich ein Art-Piece, ein Kunstwerk, was hier gegossen wurde in diesen Panne-Samt. Mich erinnert das immer so ein bisschen an diese Tapeten. Kennen Sie die? Meine Tante hatte immer so tolle Tapeten an der Wand. Die waren ganz, ganz teuer und die haben, je nachdem, wie man dran vorbeigelaufen ist, haben die so unterschiedlich geschimmert. Und die waren auch so stoffbezogen. Ja, ich habe das als kleines Kind immer da, ich habe das immer angefasst die ganze Zeit. Weil das ist natürlich ein Stoff, gerade Panne-Samt, die möchte man immer berühren und anfassen. Und es trägt sich halt einfach unglaublich leicht und das ist so toll. Der wird einfach verschlossen, unsere Kurzjacke, durch so einen kleinen Verschluss vor der Brust. Wenn Sie möchten, schließen Sie es, ansonsten tragen Sie es einfach ganz locker. Shopping Stars, das ist wirklich ein Star. Ich finde, das ist ein Highlight, so ein bisschen wirklich New York der 80er Jahre. Da haben wir ja früher auch die ganze Zeit so Kleider mit diesem Blütenprinz gehabt, mit großen Trompeten und Fledermausärmeln. Und da haben wir einfach dieses Muster adaptiert und jetzt auf diese Jacke wirklich draufgeworfen. Eine wunderschöne Jacke. Ich finde, Sie müssen nicht lange überlegen. Ja, für 25 nicht mehr 90 Euro, für 25 Euro. Aber ich kann Ihnen sagen, bei uns, ja, der Erste, der hier jetzt bestellt, der kriegt noch eine Garantie da drauf. Wenn Sie zu lange warten, morgen ist die Jacke nicht mehr da. Hier dürfen Sie nicht lange drüber nachdenken. Machen Sie Ihren Warenkorb pickepacke voll, ja. Sie können hier, fast alle meine Teile kosten 20 Euro, die ich bei Shopping Star habe. Für fünf Teile 100 Euro. Der Warenkorb wächst und wächst und wächst und wächst. Bestellen Sie sich dieses Paket, schnüren Sie sich das wirklich. Wunderschöne Mode für ganz kleine Preise. Viel Spaß damit. Ein Poncho aber eben nicht in einer dicken Strickqualität, sondern in einem hauchdünnen, transparenten Chiffon. Den habe ich hier für Sie von Sarah Kern. Und eben nicht nur, dass wir hier ein cooles Camouflage drauf haben, einmal in Rot und wir haben es auch noch in Grün, sondern wir haben einfach noch wirklich, ich finde, so ein bisschen römische Galionsmanschetten hier an unseren Poncho mit angenäht. Und das gibt ihm einfach einen ganz besonders starken Abschluss hier. So, wir haben diesen Poncho für 15 Euro. Wir kommen hier von 70 Euro. Ja, wir haben hier wieder eine 70-prozentige Ersparnis und das auf einen Teil von Sarah Kern. Und Sarah Kern ist ja wirklich für mich die Modeikone schlechthin hier bei Channel 21. So ein Poncho, ja, den trägt Sarah Kern auf Malta hoch und runter. Nicht nur, weil sie es kann, es sieht einfach toll aus und es ist ein super cooler Look für den Sommer. Er ist edel, natürlich vor allem durch diese goldenen Manschetten noch am Arm und das ist auch ein schöner Abschluss, weil ich finde, dadurch hat der Poncho nicht dieses übermäßig große One-Piece-Teil, ja, was ja sonst immer der Poncho hat, sondern es setzt dadurch einen tollen Akzent. Es macht einen ganz, ganz schlanken Arm und wir haben dieses unglaublich coole Muster, dieses ganz, ganz feine Camouflage hier drin. Sie sehen ja auch innen drin immer noch kleine Lurex-Fäden da drin verwoben, ja. Das ist wirklich eine ganz wahnsinnig tolle Qualität. Ein cooler Poncho, der super passt, entweder am Strand einfach über ein Bikini getragen oder aber mit einer tollen Röhre, wie wir das jetzt hier getragen sehen, finde ich auch ein unglaublich schöner Look. Für 15, 15 Euro? Für 15 Euro. Wahnsinn. Also ich finde, es ist ein unglaublicher Preis. Es ist natürlich mein Outlet-Preis, insofern bitte, seien Sie schnell. Für 15 Euro, wir haben Ihnen zwei Farben, ja, die eine andere Farbe Grün ist schon quasi fast ausverkauft, aber diese Farbe Rot, da haben Sie jetzt noch die Möglichkeit, die zu bestellen. Hinten länger geschnitten, vorne kürzer geschnitten. Was bekommen Sie für 15 Euro? Sie bekommen ein Chiffon-Poncho mit Lurex-Fäden, mit Camouflage-Print, mit goldenen Armstulpen, ja. Mit einem tollen Design von Sarah Kern. Von unserer, wirklich unserer Mode-Göttin hier bei Channel 21. Wenn einer weiß, was Mode und Trend ist, dann ist das Sarah Kern und das ist für mich wirklich ein Teil super einfach im Handling, aber es wird nicht mehr lange da sein, denn es kommt jetzt direkt zu Ihnen nach Hause, wenn Sie anrufen 0800 21 333 21, ja. Und genauso eine Mode-Ikone werden wie unsere Sarah Kern. Rot oder grün? Das ist jetzt die Frage. Body Needs, das ist ein Format bei uns, das schafft es einfach, Qualität mit diesem ganz besonders romantischen Flair zu verbinden. Und dafür steht nicht nur Body Needs, sondern dafür stehe ich auch und heute mit einem ganz, ganz kleinen Preis. 5, 10 Euro für 97% Baumwolle. Das ist doch ein knaller Preis. Und pass auf, Sie bekommen nicht nur, Sie bekommen nicht nur eine wahnsinnige Baumwollqualität, sondern haben hier auch noch einen super schönen Galonstreifen eingearbeitet, in dem auch noch silberner Lurex drin ist. Ich fall vom Hocker. Für 15 Euro. Nicht 55, 95, 15 Euro. Ja, sind Sie sprachlos. Ich auch. Ich bin auch manchmal sprachlos, wenn hier die Preise reingefahren kommen in den Bildschirm. Ich kann es nicht glauben. Ich weiß nicht, wie das möglich ist. Vor allem nicht so eine Baumwollqualität mit diesem Design, mit einem Galonstreifen, mit Lurex, ja. Mit diesem Sitz, diesem Style und dieser modischen Raffinesse für dieses kleine Geld. Ich weiß nicht, was Sie davon abhalten sollte, diese Hose zu bestellen, weil es ist einfach ein Piece. Es ist bequem, es ist modisch, ja. Aber wir haben leider nicht mehr viele davon. Es ist ein Outlet hier, ja. Wir haben kleine Bestände, ganz, ganz kleine Preise dafür aber auch, ja. Aber die größten Reduzierungen hier bei mir bei Shoppingstars. Insofern jetzt anrufen oder im Internet bestellen. Da können Sie auch direkt gucken, welche Größen noch vorhanden sind, weil wir sind natürlich auch bei den Größen teilweise desortiert, ja. Im Internet können Sie aber, wenn Sie in der Suchleiste eingeben, Shoppingstars, immer nachvollziehen, welche Größen wir noch haben. Hier dann einfach gucken bei Shoppingstars, Bodyneats, Gabardinhose und mit den seitlichen Lurexbändern natürlich dazu. Wir haben hier wieder einen ganz tollen Bund. Natürlich auch wieder so ein super Bund, der ganz bequem ist. Da passt alles rein. Sommer wie Winter. Und natürlich auch mit schönen Gürtelschlaufen. Auch das ist wieder ein Feature. Das kostet immer alles Geld, auch in der Herstellung. Jedes einzelne weitere Teil. Lurex, Galonstreifen an der Seite, Gürtelschlaufen, ja, die Qualität. 97% Baumwolle. Alles das bekommen Sie hier von Bodyneats bei mir, bei Luisas Shoppingstars hier wirklich ans Herz gelegt. Also das ist eine Hose, von der bin ich durch und durch überzeugt, weil einfach nicht nur die Farbe schön ist, es ist mal nicht schwarz, ja. Es ist einfach dieses tiefe Navy Blau und bitte 15 Euro für eine Hose mit dieser Qualität, dieser Baumwolle. Aber seien Sie schnell. 3621939 ist die Artikelnummer. Jetzt sofort anrufen, jetzt sichern für 15 Euro. Morgen kann es einfach schon zu spät sein. Raffiniert dafür und auch für Raffinesse stehen wir mit Bodyneats hier bei Channel 21. Wenn wir uns nämlich hier mal unser Blusenshirt anschauen, ja, was wir hier alles für Features haben. Nicht nur einen Camouflage-Druck, nicht nur 100% Baumwolle wieder, nicht nur einen tollen Druck, sondern eben auch noch verstellbare Ärmel. Ja, die Sie kürzer oder länger tragen können. Einfach ganz süß mit so einer kleinen Schleife dann zusammenbinden und so können Sie variieren. 16 Euro kostet dieses Blusenshirt jetzt voller, voller wunderbarer Details. Hinten länger geschnitten wieder. Und was ich einfach super raffiniert finde, ist dieser Camouflage-Druck. Und wenn man da ganz nah rangeht, da kann man ganz viel entdecken. Da fliegen teilweise hier noch so kleine Schmetterlinge dahinter. Also wirklich ein bezauberndes Muster, aber nicht aufdringlich. Nein, wir sind ja hier bei Bodyneats. Das ist ja ein ganz, ganz, finde ich immer, bezaubernd romatisches... äh, romatisches... Sie kommen aus dem Schwärmen nicht raus. Es ist einfach so ein süßes, romantisches Format. Und sehen Sie das, wie tricky und wie toll das hier gemacht ist. Unten drunter haben Sie eben diese 100% Baumwolle. Das verspricht es ja, dass dieses Shirt auf der Haut sich tragen lässt. Wirklich ganz bezaubernd, ganz weich. Und darüber erst kommt dann nämlich hier unsere Chiffon-Qualität mit diesem bezaubernden grafischen Druck. Ein Shirt, es hat mal gekostet 55 Euro. Wir sind hier wieder über 50% reduziert. Kleinere Preise als bei mir bei Shoppingstars finden Sie nicht bei Channel 21. Hier wird ausverkauft. Ganz, ganz doll. Und Sie müssen jetzt in die Leitung gehen, weil ansonsten ist dieses Shirt einfach weg. Schauen Sie sich das mal an. Das ist so süß. Wir haben hier auch noch oben so eine kleine niedliche Kante. Und auch die wieder ganz, ganz süß eingefasst. Also wirklich wie so eine kleine Faltenbordschung hier noch oben dran gesetzt. Und auch dann, oh jetzt sehe ich das erst. Schauen Sie mal, hier oben die Schultern auch ganz raffiniert überschnitten. Das macht es nämlich, dass eben unser Schulterbereich verkleinert wird. Und wir so eben eine Armlösung haben, die so ein ganz kleines bisschen mogelt. Aber im Mogeln sind wir ganz, ganz groß. Vor allem beim Mogeln bei den kleinen Preisen. Ich kann Ihnen aber sagen, wenn Sie dieses Blusenshirt mit dem All-Over-Print haben möchten. Wir haben auch noch Bordeaux und Grau, aber so kleine Bestände, dass wir Ihnen die nicht mehr zeigen. Wir haben gesagt, wir zeigen Ihnen lieber das Dunkelblau. Ja, da haben wir noch ein paar mehr. Aber ich glaube morgen schon nicht mehr. Sie müssen jetzt in die Leitung. Wenn Sie jetzt bestellen, kann ich Ihnen noch garantieren, dass Sie dieses Teil für 16 Euro bekommen. Sonst ist es weg. Also jetzt anrufen 0800 21 333 21 und es ist Ihrs. Ihre Lieblingsfarbe ist auch grün, genauso wie meine. Dann habe ich etwas ganz Besonderes für Sie. Denn wir haben von La Cocoon, habe ich hier eine Tunika. Die ist so, 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 so schön. Ich finde es so edel geschnitten, hier dieses Teil. Wir haben hier oben einen V-Ausschnitt, der aber nochmal verbunden ist mit so einer tollen Schmucknaht mit Ösen und einer Zierkette. La Cocoon steht ja bei uns auch immer ein bisschen für die etwas größeren Damen. Und natürlich ist diese Tunika da perfekt geschnitten. Sie sieht einfach durch und durch edel aus, ja, auch in diesem dunklen Grün. Und eben dann mit diesen kleinen Features, die wir am Kragen haben. Ich weiß ja nicht, was Sie für eine Frau oder Dame sind zu Hause, aber so eine Tunika, wenn man sagt, man sucht einen Teil für eine Verabredung, für einen Geburtstag. Vielleicht ist auch irgendwo, ist man zum Kaffee eingeladen und hat eine tolle Einladung zu einem Jubiläum. So eine Tunika hier mit diesen Ösen und der Zierkette ist immer richtig. Egal, ob Sie sagen, ich bin eigentlich auch nicht dieser feine Typ, ich bin mehr sportlich. Aber man muss ja auf manchen Veranstaltungen auch mal etwas anziehen, was einfach ein bisschen schicker ist oder etwas geradliniger. Da ist diese Tunika einfach perfekt für Sie gemacht. Egal, die kann man einfach über eine ganz normale Röhre ziehen, haben Sie ja bestimmt zu Hause. Oder über eine Jeans, ja, oder einfach vielleicht über eine tolle Leggings, wenn Sie es lieber etwas bequemer mögen. Auch darüber sieht einfach diese Tunika bezaubernd aus. Und jetzt kommt der Oberknaller. Die kostet bei mir 18 Euro. Wenn Sie in die Stadt gehen und sich ein Ensemble für den Abend kaufen, vielleicht ein Twinset, vielleicht ein Kleid, Etui-Kleid, 60 Euro fangen wir an, überhaupt bei einem ordentlichen Design darüber zu sprechen. Darunter geht gar nichts. Wir haben ja auch hier mal den Preis von 76 Euro gehabt. Das war aber natürlich gestern. Jetzt, heute hier, kostet diese Tunika 18 Euro. Bitte, liebe Damen zu Hause, bestellen Sie sich diese Tunika zu sich nach Hause. Sie haben bei mir doch die Möglichkeit, Sie müssen nicht in die Stadt laufen. Sie können das in Ruhe zu Hause probieren. Ja, können sich da drin ausprobieren und schauen, wie kann ich diese Tunika zu meinen Sachen kombinieren. Toll mit vielleicht noch einem goldenen Armband, mit einem schicken paar goldenen Schuhen, ist das ein absolutes Highlight auf jeder Veranstaltung. 18 Euro sieht man diesem Teil definitiv nicht an. Das sieht aus wie 180 Euro, aber das wissen Sie und das weiß ich. Alle anderen wissen das nicht. Sie wissen auch, wo man das bekommt. Ich habe es Ihnen ja verraten. Sie bestellen diese Tunika jetzt zu sich nach Hause und machen sich mal einen ganz, ganz schönen Abend und tun sich etwas Gutes. Ganz viel Freude damit. Einmal abtauchen in eine ganz wunderschöne Kombination. Das kann ich Ihnen versprechen, denn das geht hier mit unserem Twinset. Für, lassen Sie mich gucken, 20 Euro bekommen Sie hier nicht nur ein Teil, Sie bekommen zwei Teile. Und ich verspreche Ihnen, dieses Twinset, bestehend aus diesem wunderschönen, dunkelblauen Unterteil und dieser Kimono-artigen Jacke, erinnert mich an meinen Lieblingsdesigner Alexander McQueen. Er hat ja immer die Unterwasserwelt behandelt in seinen Thematiken und Kollektionen. Alexander McQueens letzte Kollektion war ja gewidmet dem Thema Atlantis. Und das ist auch etwas, was ich in diesem Kimono sehe. Das sind diese Meerestöne, die wir hier haben, kombiniert mit diesem wunderschönen Blätterprint. Und das ist doch mal etwas Neues. Einfach Blätter mal nicht in grün zu machen, sondern eben mit diesen Unterwasserfarben zu kombinieren. Ich finde, Blau ist ja eh eine tolle Farbe, weil sie beruhigend wirkt. Sie lässt uns ein bisschen runterkommen und entspannt uns einfach. Und das wirklich, dieses Twinset aus Top und Cardigan bestehend, ja, ist so high fashion verarbeitet. Wir haben hier eine lange Paspel, beziehungsweise eine lange Manschette mit so einem Überschlag, ja. Das ist wirklich ganz großes Modekino. Dazu haben wir dann diesen ganz wunderschönen Blätterprint, der wirklich ganz artifiziell und künstlerisch gestaltet wurde. Das ist kein, ja, wirklich kein einfacher Print, sondern es ist ein ganz, ganz präzise gemaltes Blättermuster. Und dann aber schön dazu wieder mit einem Rücken, der einfach ganz schwarz ist und natürlich ein bisschen verschlankend wirkt. Das ist ja, da sagen wir alle nicht nein, ne? Ich würde auch nicht nein sagen. Ich bin wirklich ein großer Fan. Ich finde, La Cocoon ist eine tolle Marke hier bei uns bei Channel 21 und macht eine sehr, sehr modische, aber sehr minimalistische Art auch. Und das mag ich sehr gerne. Gradlinigkeit mit so einem gewissen Pfiff und Twist auch drin, ne? Und, ich bitte Sie, 20 Euro für zwei Teile. Das heißt, ein Teil kostet nur 10 Euro, ja? Sie können ja auch das Oberteil alleine tragen oder Sie können auch wirklich den Cardigan alleine tragen. Wenn Sie sagen, Sie möchten den Cardigan mal über einem schwarzen Top tragen oder über einem weißen, überhaupt kein Problem. Diese beiden Teile funktionieren auch voneinander getrennt, wunderschön. Und ich sage Ihnen, pro Teil 10 Euro, 20 Euro hier zusammen das Twinset von La Cocoon. Schauen Sie sich das an. Ich muss es mir gleich bestellen. Ich kannte das nicht, wirklich. Und ich bin so begeistert jetzt hier durch die Präsentation alleine schon. Ich finde es super schön. Wie gesagt, das Design wie Alexander McQueen, so werden Sie bald aussehen. High Class, jetzt anrufen und glänzen. Ich nehme Sie schon mit in einen kleinen Spaziergang und in einen Blick. Schon so ein bisschen gen Herbst, weil wir haben nämlich ein wunderschönes Blättermotiv hier auf unserer Bluse von La Cocoon. Es ist so ein optischer 3D-Print. Können Sie das erkennen? Es sieht wirklich ein bisschen aus, als wenn man durch so einen Blätterwald hindurch schaut und guckt. Man hat viel zu entdecken und dahinter eben, es sieht ja fast aus, wie wenn man, kennen Sie das, wenn man sich nachts draußen hinlegt, vielleicht ganz romantisch nochmal draußen auf die Terrasse und man guckt in so einen Sternenhimmel zwischen den Bäumen hindurch. Dann hat man genau diese 3D-Ansicht, die wir hier bei unserer Bluse von La Cocoon aufgefangen haben. Wir haben hier wieder einen ganz raffinierten Schnitt. Wir haben angedeutete Trompetenärmel, nicht übertrieben, so ganz, ganz leicht. Ich habe ja gesagt, also La Cocoon ist wirklich eine Marke, die versteht es auf den Punkt, artifiziell, aber auch minimalistisch zu arbeiten. Das ist nicht kitschig, dieser Print, sondern der ist richtig, richtig besonders wie so skizziert, also wie so eine Aquarellmalerei. Und das Tolle ist eben, durch diese optische 3D-Variante sieht es wirklich aus, als könnten wir in dieses Oberteil reingreifen und diese Blätter anfassen. Diese Bluse kommt von dem Preis von 73 Euro. So, jetzt, ja, da habe ich den Bleistift wieder ganz, ganz doll angespitzt, 18 Euro. 18 Euro möchten wir jetzt noch für diese Bluse von La Cocoon. Das ist ein Witz, für wirklich ein Teil, ja, was man ja direkt so ins Museum hängen könnte. Das ist wirklich, ich finde diesen Print, diese 3D-Optik, das ist so raffiniert gemacht, ja. Das finde ich umwerfend schön und wir haben eben diesen Schnitt mit den Trompetenärmeln. Das sieht so edel aus, Sie können es ganz einfach kombinieren, zu einer roséfarbenen Hose, zu einer anthrazitfarbenen Hose, auch zu einer Jeans. Es ist ja auch ein Blauton mit drin, ja, und hinten wieder das Überschnittene, wir haben die Länge, dass wir sagen, wunderbar, unser Po ist bedeckt. Es ist eine ganz tolle Silhouette, wo wir eine ganz tolle Figur drin bekommen, für 18 Euro. Bitte, meine lieben Damen, nicht lange nachdenken. Wir haben hier eine fast 80-prozentige Reduzierung auf diese wunderbare Bluse. Wir haben wieder eine Kofferware, hier knittert nichts, hier müssen Sie sich wirklich keine Gedanken, auch beim Waschen nicht machen. Das ist ein Teil, mit dem können Sie ganz, ganz lange glänzen. Insofern, schauen Sie sich dieses Obertel an. Es ist so wunderwunderschön, diese 3D-Optik. Ich bin davon so begeistert. Es sieht doch wirklich aus, als könnte man hier durchgreifen, direkt in den Sternenhimmel rein. Diese Bluse ist für Sie zum Greifen nahe. Rufen Sie an 0800 21 33321 und diese Blätter kommen nach Hause geflogen. Wir lassen hier den Leopard aus seinem Käfig und ich bin immer mehr ein Freund von unserer Marke La Cocoon. Denn es ist wirklich ein Design, was verspricht, was es hält. Wir haben hier eine verführerische Leo-Optik, aber in einem ganz, ganz schlicht gehaltenen Hemd-Blusen-Style. Das haben wir adaptiert von der Männermode. Es ist ein cooler, schlichter Look vom Schnitt her, aber vom Print ein Oberknaller. Woran denken Sie, wenn Sie an Leopard denken? Ich denke an Elizabeth Taylor, ja, an die ganz Großen ihrer Geschichte. Diese Frauen, starke Frauen, verführerische Frauen. Denken Sie an die Nitribit, den wunderbaren Film, ein Mädchen namens Rosemarie. Leopard war immer verführerisch und wird es auch bleiben. Und wissen Sie was? Ich war letzte Woche auf Ibiza und war dort abends zum Sonnenuntergang am Strand und habe Sissi Perlinger getroffen. Die kennen Sie bestimmt noch, die tolle Moderatorin und Schauspielerin. Die ist jetzt auf Ibiza gestrandet, schreibt dort Bücher und macht abends Musik am Strand, immer in einem komplett All-Over-Leoparden-Look. Und ich sage Ihnen, die ganz großen Stil-Ikonen, die verstehen es einfach, Leopard super zu kombinieren. Es ist einfach eine Bluse mit Geschichte, mit Klasse. Ja, wir haben hier auch noch eine ganz wunderbare Art von Manschetten gearbeitet. Tolle schwarze Lackknöpfe, finde ich auch mal sehr schick bei Leon mit drin. Und das Tolle ist, bei so einer Hemdbluse muss man sich überhaupt keine Gedanken machen, was die Kombination angeht. Einfach richtige Größe bestellen, für 18 Euro jetzt direkt in seinen Warenkorb packen und dann dazu kombinieren. Ich finde auch schwarz perfekt. Sie können auch braun oder beige dazu kombinieren. Ja, ich nehme Sie hier wirklich an die Hand. Gehen Sie mit mir auf diese modische Safari. Wir machen das zusammen. Wir machen zusammen einen super Style hier für 18 Euro. Sie finden bei mir bei Shoppingstars, verspreche ich Ihnen. Auch bei uns bei channel21.de. Einfach Shoppingstars eingeben. Noch die passende Hose, auch für unter 20 Euro. Und Sie bekommen einen Leo-Look vom Feinsten für 40 Euro. Was sagen Sie dazu? Ich finde, wir begeistern hier mit Mode, ja. Ich als alte Shoppingqueen des Jahres. Mir liegt es einfach am Herzen, dass sie modisch aussehen. Dass sie ganz, ganz tolle Styles bekommen. Dass sie sich auch ein bisschen was abgucken können. Wie kombiniere ich irgendwas? Und vor allem, wie kombiniere ich die großartigen Teile von channel21? Diese Leo-Bluse von La Cocoon ist einfach ein super schönes It-Piece. Weil, sehen Sie, ich habe auch eine schwarze Hose, einfach eine Hose. Man kann High Heels, man kann flache Schuhe dazu anziehen, ja. Das ist Mode, die besticht und die Spaß macht. Deswegen, jetzt bitte bestellen. 3, 6, 2, 1, 8, 7, 6 ist die Bestellnummer. Einfach jetzt rausgehen und verführen. Ich nehme Sie mit und wir malen uns zusammen unsere Mode. Genau so, wie wir das wollen. Denn ich habe hier eine Tunika von La Cocoon. Die, finde ich, sieht wirklich aus wie gemalt. Es hat so ein bisschen diese Wasserfarben, Acryl-Aquarell-Optik. Und das finde ich so schön. Es ist ein bisschen wie so eine kleine Mondlandschaft, die wir hier wiederfinden. Und es ist eben eine wunderschöne Tunika mit Top darunter. Das ist ein ganz schöner grafischer Druck, den wir hier haben. Und es kaschiert einfach unglaublich. Dieser überschnittenen Ärmel, den wir haben, es ist ja wie so ein Fledermaus-Ärmel, der da dran ist. Den schauen wir uns jetzt direkt auf dem Laufsteg mal an und gucken, wie das Ganze am Model wirkt. Sehen Sie jetzt, was ich meine? Es ist wirklich, ich finde, so ein bisschen so eine Mondlandschaft. Oder wenn man auf den Horizont abends, im Urlaub abends guckt, da geht die Sonne unter. Und man hat dieses Spiel der unterschiedlichen Farben, die sich gerade, wenn man in einer Savanne ist. Also ich bin manchmal in Dubai unterwegs, in der Wüste. Dann hat man abends, kann man diese ganz unterschiedlichen Töne der Sonne natürlich erkennen. Und der Schnitt, wenn Sie sich das mal anschauen. Wir haben hier unten diese zwei verschiedenen Lagenlooks noch, die sich auch durchziehen bis zum Ärmel. Ganz raffiniert. Auch am Ärmel haben wir auch diesen Lagenlook. Das ist wirklich ganz raffiniert hier bei Lacrocon gearbeitet. Und damit es eben nicht zu transparent ist, wir können es ja einmal so angedeutet zeigen, haben wir unten drunter einen Top natürlich in der abgestimmt passenden Farbe. Das heißt, auch hier bekommen Sie wieder, ich falle ja nicht nur so schon fast um bei dem Preis von 18 Euro. Schauen Sie sich an, vorher hat das Top, diese Tunika, 82 Euro gekostet. Und das ist es auch wert. Denn wir haben hier eine unglaublich umwerfende Qualität, ja, mit einem Design, was so artifiziell umgesetzt wurde. Mit den Raffinessen, im Lagenlook, in der Fledermaus-Optik, ja. Ja, jetzt für 18 Euro. Bitte seien Sie schnell. Wir haben diese Tunika in zwei Farben. In Rot und ich meine auch in einem Waldgrün haben wir es auch noch. Da aber schon gar, also wirklich fast nicht mehr zu bestellen. Hier jetzt bitte schnell sein. In Grün nur noch zwei Größen. Hier jetzt wirklich nur noch die allerletzten Möglichkeiten, diese Tunika von Lacrocon zu bestellen. Ausverkauf bei mir, das bedeutet, jetzt kann ich Ihnen den Preis noch garantieren, wenn es morgen weg ist. Wenn diese Tunika morgen für 18 Euro weg ist, sie kommt nicht mehr wieder. Sie kommt nie wieder wieder, nie wieder. Sie ist einfach weg, weg, tschüss, weg, 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 weg. Deswegen jetzt anrufen 0800 21 333 2 1. Jetzt entscheiden, Rot oder Grün, was ist Ihre Wahl? Kommen Sie mit mir in diese wunderschöne Landschaft, in den Sonnenuntergang. Ein kleines schwarzes, das ist es, was Ihnen noch fehlt in Ihrem Kleiderschrank. Ich habe es aber und insofern würde ich Ihnen gerne dieses Tunikakleid von Lacrocon einmal zeigen. Kennen Sie, ich habe damals, ich habe ja Modejournalismus studiert. Da lernt man auch ganz viel über Schnitttechniken und natürlich auch über Modegeschichte. Und diese Form hier, diese Tunikakleidform, die nennt man X-Shape. X-Shape, weil sie einfach wie wirklich ein Ei geschnitten ist. Das hört sich jetzt doof an, ist aber tatsächlich so, weil sie einfach eine ganz, ganz weite, lockere Form hat, die oben relativ eng anfängt und dann in einer weiten Form nach unten wieder leicht zusammenläuft. Wir haben hier und sehen das auch auf dem Laufsteg ganz schöne Trompetenärmel dazu, was ich immer sehr elegant finde. Dieses Tunikakleid von Lacrocon ist perfekt für Frauen, die eine etwas, etwas größere Größe haben, hat aber ganz tolle Einschnitte auch hier nochmal als Taschen. Und das ist die Besonderheit. Es ist ganz aufwendig, an diese Kleider noch diese Taschen zu machen. Das sind die kleinen Details, womit wir hier arbeiten und womit wir auch bestechen und womit wir hier auch wirklich mit unserem Namen stehen und sagen, das ist Fashion, weil wir es können, weil wir hier im Design einfach richtig en detail arbeiten. Wir haben einen sehr großen und auch sehr, sehr schönen V-Ausschnitt, was uns ermöglicht natürlich, da mit Schmuck zu arbeiten, weil wir ja bei dem Kleid relativ schlicht unterwegs sind. Dieses Kleid kommt von 66 Euro. Wir haben den Preis gedrückt, angespitzt, also wirklich in dem Keller ist der Preis schon. Weiter runter kommen wir nicht. 20 Euro ist unsere letzte Option an Preis hier für Sie. Es ist ein Kleid, das ist früher schon durch die Decke gegangen. Wir haben es auch noch im Bordeaux Rot, aber Sie müssen schnell sein. Für 20 Euro wird es weg sein. Es ist ein perfektes Kleid, ein Kleid für alle Fälle. Lustigerweise war das mein Motto als Shop bei Shopping Queen des Jahres. Finde ein Cocktailkleid, dein Kleid für alle Fälle. Tja, hätte ich online shoppen können hier bei Channel 21, hätte ich es gemacht, ja, für Shopping Queen. Insofern, Sie haben die Möglichkeit, Ihr Kleid für alle Fälle zu finden. Hier jetzt schnell sein, weil morgen kann es weg sein. Ich verspreche Ihnen jetzt, dass Sie es noch bekommen, wenn Sie es jetzt in Ihren Warenkorb packen. Sie müssen nur entscheiden, möchten Sie ein kleines schwarzes oder möchten Sie ein kleines Bordeauxfarbenes haben, da haben Sie die Wahl. Ein schickes, französisch geschnittenes Kleid in, wie ich schon Ihnen eben erklärt habe, in Egg Shape mit wunderschönen Taschen. Und ich sage es Ihnen, wir stecken noch das Kleid jetzt in die Tasche und vor allem stecken wir die großen Preise in die Tasche. Denn hier bei mir gibt es nur die ganz kleinen, heißen Preise. Wenn Sie schnell sind, dann können Sie hier ganz, ganz viel gewinnen. Eine Bikerjacke, aber mit dem ganz gewissen Extra. Das ist unsere Bikerjacke von Urban Diva. Denn diese Bikerjacke hat nicht nur ein Feature wie ein Zwei-Wege-Reißverschluss. Das an sich ist schon etwas ganz Besonderes. Da können Sie nämlich von oben bis unten, je nachdem wie Sie es möchten, diese Jacke aufmachen und erweitern. Und ich finde die so toll, ich muss die gleich mal direkt selber anprobieren. Weil wir haben hier nämlich nicht nur, Sie kennen das ja wahrscheinlich von den Hemden, vielleicht von Ihrem Mann. Die haben hier diesen coolen, kleinen chinesischen Stehkragen. Und dann noch dazu diese tolle Blütenstickerei. Vielleicht kennen Sie den Look oder haben den schon mal gesehen bei Möyer Dumont, bei Urban Diva. Wir haben nämlich auch noch den passenden Rock dazu. Sie können ja alle Looks, die wir generell irgendwann mal hier bei Shopping Stars gezeigt haben, immer bei uns im Internet nochmal nachvollziehen. Geben Sie einfach ein Shopping Stars bei uns bei Channel 21.de. Und da können Sie dann genau diese ganzen Looks zusammenhängend shoppen. Ich bitte Sie, diese Jacke hat mal 144 Euro gekostet. 144 Euro. Sie sparen 104 Euro. Wo bitte haben Sie schon mal 104 Euro gespart, ja? Es ist ein unglaublicher Hammerpreis. Wir haben hier wieder eine Reduzierung bis zu über 80 Prozent. Eine Jacke bekommen Sie im Bikerstil aus Kunstleder mit einer tollen Stickerei. Ich finde, da sind ja diese tollen Kirschblüten drauf, in Knallrot. Und was ist das für ein toller Kontrast? Vielleicht haben Sie auch ein tolles Etui-Kleid zu Hause in Rot und können genauso spielen. Schwarz und Rot sind ja, finde ich, immer diese, ja, es ist einfach so ein sexy, verführerischer Kontrast. Dieses Rot für Leidenschaft, für Liebe. Dann halt schwarz auch noch in dieser Lederoptik, dieser Biker-Look dazu. Das ist Stärke. Das ist natürlich, das gibt uns auch so ein bisschen Kraft und Halt. Und eben, wir haben diesen tollen Zwei-Wege-Reis-Verschluss. Und nochmal auch so zwei kleine süße Taschen, wo Sie noch reingreifen können. Bitte, eine Jacke. Sie sparen 104 Euro. 104 Euro weniger für diese Designerjacke von Mirja Dumont. Und Mirja Dumont weiß ganz genau, was sie beim Design macht. Sie war ja mit ihrer Mutter zusammen hier, ja. Deswegen, sie hat ja mit ihrer Mutter zusammen diese Designs hier bei uns gezeigt. Das ist ein Look, der funktioniert in jedem Alter. Ja, Sie können diese Jacke, Sie können diese Jacke für Ihre Tochter bestellen, wenn Sie sagen, Mensch, die ist auch so ein Biker-Mädchen. Die mag auch diesen coolen, rockigen, schick. Aber selbst wenn Sie auch ein bisschen älter sind, können Sie diese Jacke genauso tragen. Weil die hat einfach ein zeitloses Format. Und schauen Sie sich den Preis an. 104 Euro weniger. 104 Euro. Jetzt bestellen. 3, 6, 2, 1, 8, 6, 8. Und ab in den Warenkorb. Sekt und Seltas, das ist ja schon eine schöne Kombi. Aber ich habe für Sie Sekt und Samt. Denn schauen Sie sich bitte diese Kombination an. Aus einer Bluse mit goldenen Ösen und einem wunderschönen Samtband. Ich finde, das ist eine Kombination, die gibt es bei uns nicht nur in Schwarz, sondern auch in einem ganz wunderschönen Bordeaux. Und das ist natürlich hier ein Highlight an dem Ausschnitt hier oben, wie diese Veredelung mit diesem Samtband, mit dieser Schluppe gemacht wurde. Wir gucken uns das wieder auf dem Laufsteg an. Und ich finde, da wirkt es ja auch immer erst richtig, wenn Sie sehen, wie das angezogen aussieht. Sie kennen meine Meinung. Ich finde diese großen Ösen so klasse, weil es ist einfach dieses Versace und Moschino-Thema. Und es ist halt auch so ein bisschen 80er Jahre. Aber was war in den 80er, 90er Jahren richtig groß? Da gab es und fing das an mit den Topmodels. Die alle haben in den 90er Jahren, kennen Sie noch Linda Evangelista, wenn wir uns die ganzen großen Größen angucken, Claudia Schiffer, die alle waren ja die riesen Versace-Models. Und die haben ganz viel Kleider, Taschen mit diesen großen goldenen Ösen getragen. Wenn wir uns Fotografien von Peter Lindbergh angucken, da sehen wir die Supermodels alle und ganz, ganz viel mit diesen Kleidern, mit den großen Ösen. Und das ist eben eine Reminiscenz an die 90er Jahre und an Ende der 80er Jahre, die wir jetzt aber in die Neuzeit umgesetzt haben und hier einfach für Sie einen Look geschaffen haben, der für 18 Euro die ganz, ganz große Modewelt in sich trägt. Also da ist wirklich, hier ist Fashion drin, unglaublich. Und diese Fashion, diese Mode, die kommt für 18 Euro zu Ihnen nach Hause. Denken Sie immer daran, für die 5,95 Euro Versandkosten, Sie bezahlen die, wenn Sie hier bei uns bei Shoppingstars shoppen, nur einmalig. Deswegen nutzen Sie bitte diese Versandkosten und bestellen vielleicht nicht nur einen Teil, sondern vielleicht auch noch eine Hose oder einen Rock. Also machen Sie sich schlau bei uns, bei Shoppingstars, bei uns auch im Internet, bei uns bei channel21.de. Können Sie sich über alles informieren, was wir sonst noch im Programm haben. Und wie gesagt, auch dieses Oberteil haben wir noch in einem ganz wunderschönen Bordeaux. Deswegen, Sie entscheiden jetzt, möchte ich dieses modische It-Piece aus den 90er Jahren wirklich an den Topmodels früher, diese goldenen Ösen auf schwarz, gibt es jetzt auch als Bikinis wieder, kommt immer wieder, ja, es wird überall jetzt gerade wieder diese Ösen und gerade dieses Design wieder eingebracht. Sie kriegen es heute nicht für 60, nein, für 18 Euro. Wenn Sie jetzt in die Leitung kommen, 0800 21 333 21, bitte jetzt bestellt Urban Diva. Wunderschön. Ich entführe Sie in die Welt von Kleopatra. Denn das ist für mich hier ein Top. Das hat die ganze DNA des alten Ägyptens in sich. Schauen Sie sich dieses Blusenshirt von Urban Diva an. Wir haben hier wirklich eine Farbkombination, wie wir sie von der wunderschönen Kleopatra kennen. Sehen Sie das? Dieses ganz, ganz schöne dunkle Petrol und dann zusammen mit diesem ganz, ganz leichten, hellen Goldrand, den wir hier oben mit dran haben. Und auch der ist wieder so in der Lederoptik gehalten. Ich finde, dieses Blusenshirt ist wirklich eine Reminizenz an dieses alte, ja, wirklich an diese alte Zeit. Ja, es hat auch irgendwie so was griechisch-römisches, aber eben was sehr königliches. Und wenn Sie dazu den passenden Schmuck wählen, kann ich Ihnen sagen, wird das ein ganz, ganz besonderer Look. Wir haben hier eben diesen Schmuckrang. Sie bekommen ein Shirt von Urban Diva, von einer tollen Designerin, Melia Dumont. Ich verehre Sie sehr. Ich habe Sie letztens erst auf der Modemesse in Berlin wieder getroffen. Sie ist immer noch sehr erfolgreich unterwegs als Designerin, auch wenn sie nicht mehr leider bei uns ist im Moment. Aber wir haben hier jetzt noch eines Ihrer Blusenshirts, nicht für 50 Euro, also nicht für 49,67, sondern gestrichen auf einen Preis von 15 Euro. Ich liebe diese Farbe. Das ist eine ganz, ganz schöne Farbe. Das ist eine ganz, ganz edle, teure Farbe. Nicht umsonst hat früher Kleopatra diese Farbe selber gewählt, um sie zu tragen. Das war ja immer dieses Türkis und Scarabeos, wo sich einfach natürlich diese Könige und Königshäuser mit geschmückt haben. Und stellen Sie sich bitte dazu vor, goldener Schmuck, ja? Oder aber auch eine tolle weiße Hose. Und dann vielleicht jetzt im Sommer ein paar tolle goldene Riemchensandalen. Dann ist das ein Look. Der ist wirklich geboren für den Urlaub und einfach, ja, für Herrscher. Für modische Herrscher. Für mich sind Sie damit eine modische Herrscherin mit diesem tollen Blusenshirt, ja? Für 15 Euro kommt es zu Ihnen nach Hause. Aber bitte seien Sie ganz schnell. Es ist sowieso desortiert. Wir haben nicht alle Größen mehr davon. Schauen Sie im Internet bitte nach bei uns bei channel21.de. Da können Sie sich schlau machen, welche Größen wir noch haben. Über den Preis machen Sie sich bitte keine Gedanken, ja? Sie bezahlen einmalig 5,95 Euro Versandkosten. Nutzen Sie das, um vielleicht jetzt gleich schon Ihren ganzen Sommerlook komplett zu machen. Denn bei mir können Sie hier wirklich sparen, bis der Arzt kommt. Wir haben hier Preise, die sind so günstig. Nicht so günstig waren wir noch nie. Günstiger als jeder andere Sale-Preis. Und dafür bekommen Sie bei mir, bei Shoppingstars, Mode vom Allerfeinsten. So, wie griechische Göttinnen Sie getragen haben. Oder aber auch natürlich unsere liebe Kleopatra. Eine wunderschöne Farbe bestellen Sie jetzt, ja? Seien Sie auch eine Göttin. Auch das ist ein ganz besonderes Sternchen in meinem großen Shoppingstar-Universum. Hier bei mir bei channel21. Und ich möchte Ihnen bei diesem Shirt nicht nur das tolle Design ans Herz legen, ja? Nicht nur diese tollen Galonstreifen, die wir hier am Ärmel haben. Sondern wir haben hier 95% Viskose. Und sehen Sie das? Sehen Sie diese Leichtigkeit, ja? Das ist einfach eine Qualität. Das ist wie Seide, ja? Viskose wird ja immer fälschlicherweise als Kunstseide bezeichnet. Ein Fehler, ein Fehler. Meine lieben Damen zu Hause, Viskose ist keine Kunstseide. Es ist auch keine künstliche Qualität. Es ist ein Naturprodukt. Es wird aus dem Zellstoff von Holz hergestellt. Und zusammen mit einer Lauge wird eben dieses Material gewonnen. Insofern ist es 100% natürlich. Das heißt, Sie haben 100% Natur auf Ihrer Haut. Und ich finde, das sieht man. Man sieht, dass dieser Stoff einfach so unglaublich schön ist. Der ist atmungsaktiv, ja? Man schwitzt da drin nicht. Sie können es waschen. Es ist pflegeleichter als Baumwolle. Es knittert nicht. Und es sieht wunderschön aus. Viskose und auch hier dieses Shirt mit diesen wunderschönen Paletten an der Spitzenbordüre ist das perfekte Shirt jetzt für den Sommer. Mit einer weißen Jeans zusammen. Oder wie jetzt hier mit einer beigen Capri oder Röhre. Ist das ein absolutes Highlight. Das sind Shirts hier sogar noch von Melia Dumont bei Urban Diva. Das bekommen Sie für 15 Euro. Wenn Sie, fahren Sie mal an die Nordsee oder Ostsee und gehen da in eine der schicken Boutiquen am Strand. Da werde ich Ihnen versprechen, diese Shirts kosten 129 Euro. Wenn es Viskose ist, wenn es von einer namhaften Designerin ist, Sie bezahlen 120 Euro. Und dafür müssen Sie noch zur Nord- oder Ostsee fahren. Bei uns müssen Sie einfach nur jetzt dieses Shirt bestellen. Für 15 Euro. Plus 5,95 Euro. Versandkosten nehmen Sie sich, wenn Sie schlau sind, noch eine Hose dazu mit. Einfach bei Shoppingstars bei uns gucken. Vielleicht auch eine coole. Jetzt habe ich eine Idee. Wir haben eine ganz tolle Metallikröhre, auch bei mir bei Shoppingstars. Die kostet 20 Euro. Plus das Shirt haben Sie für 35 Euro einen Look. Der ist einfach der Knaller. Denn hier bei mir bei Shoppingstars bekommen Sie mein Versprechen. Nicht nur die allergünstigsten Preise, die wir jemals hatten. Wir haben das Shirt noch in Grau, aber ganz kleine Bestände. Ja, also insofern machen Sie sich schlau im Internet. Schauen Sie, was noch da, welche Größe passt. Ja, und werden Sie mein Shoppingstar. Ich nehme Sie mit. So haben Sie auch ein kleines bisschen mich zu Hause, wenn Sie das möchten. Wir beide zusammen machen einen tollen Look, der diesen Sommer zu einem Highlight werden lässt. Bestellen Sie jetzt oder rufen Sie an. Ich fand, das war eine Stunde voller wunderschöner Looks. Und zu Preisen, die selbst mich immer, wenn ich sie sehe, begeistert haben. Ich hoffe, dass Ihr Warenkorb überquillt an Teilen, die an Qualität, Preis und Stil wirklich nicht zu beschreiben sind. Teuer kann es nicht geworden sein, aber ich denke, Sie werden ganz viel Freude damit haben. Mit unseren Teilen, den Shoppingsternchen, den Shoppingstars mit unserem Outlet. Viel Freude damit.